Mein Name ist Gregor Schmiedinger und ich bin Drehbuchautor und Regisseur. Flimmit, das ist eine österreichische Video- und Imagen-Plattform, auf der man über 7.000 Titel kaufen, leihen oder im Abo streamen kann. Flimmit bietet Filme für und von, ich würde sagen Menschen, die gerne österreichische und europäische Serien und Filme lieben. Meine kuratierte Top-10-Gay-Movies-List von Flimmit enthält unter anderem folgende drei Titel, weil... Der erste Titel ist Closet Monster, weil es eine sehr frische und fantasievolle Art und Weise ist, wie sich der Filmemacher dem Thema internalisierte Homophobie nähert und weil Isabella Rossellini ihre Stimme einem Hamster leiht. Der zweite Film ist Geron vom subversiven Regisseur Bruce LaBruce, der auf eine sehr einfühlsame Art und Weise eine generationsübergreifende Liebe zwischen einem jungen Pfleger und einem Bewohner eines alten Heimes zeigt. Was ist wrong with you today, boy? I think I broke up with my girlfriend. Beim dritten Film handelt es sich um Weekend, der Post geht Klassiker schlechthin, einfach aus dem Grund, weil er ganz ohne den Themen Homophobie oder Coming Out auskommt und so eine sehr zeitgenössische schwule Liebesgeschichte erzählt. Was ist dein nächstes Projekt? Also mein aktuelles Projekt ist mein erster Kinospielfilm Neverland, unter anderem mit Josef Harder, den wir jetzt nächstes Jahr drehen werden und der dann 2019 auch im Kino und bestimmt auch auf Flimi zu sehen sein wird. Passt? Bis zum nächsten Mal. Liebe Musik Dafür Amen Bis zum nächsten Mal.